aus diesem mini film so und gleich noch eine aufnahme hinterher wieder gegrüßt mr frank 9000 der stefan 4 der setze dann hinten dran noch der logic 22 den aus versehen mal gebannt habe und noch mit dabei golden hero 14 04 hier bei overwatch herzlich willkommen so wie nehme ich denn jetzt auch mal probieren ja gut dann probiere ich nicht mehr dann probiere ich noch mal wieder mal so ganz mit dem teleport und so wo dann muss ich noch ein bisschen ein fuchsen oder haben wir kein tank haben tank doch noch schade das jetzt nicht eben gewonnen haben sind gut vorankommen also ich muss ja ich muss ja mal drücken war f1 um helden die teilzunehmen was du kannst du spielen was hat denn das für einen schaden gemacht haben wir eine heilung hier nieder von hinten kommt einer linji oder sowas eine mausheilung bringt ja wir haben eigentlich ein okay ich mache ich mich aufsetzen kann den hier hinterher gehen kann wir haben wieder eine art besten kombinationen das war wieder in der luft am tor ich denke das wäre einer von mir ich habe es nicht richtig gesehen sehr sehr schön mit dem drachen hier komme ich nicht durch okay da umgehen so mit v kannst du schlagen ach so wenn du emotional kommst du musst nachladen ach der tank dieser panzer was ist absolut krass der haut da einfach nur drauf ich nehme den punkt ein wir haben auch noch ich habe einen genommen sehr schön wo ich hinfliegen kann da ist der tank alle ausgewischt und gepflegt sehr schön ja jetzt wird es schwer wir einzelnen sind immer ein bisschen tricky wenn man zu langsam ist wenn Gegner eine gute kombination haben die laufen mal weg hier das ist durchaus das ist etwas und das ist keine eine der das ist die 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 das ist die das ist die du solltest nicht jedes mal kämpfen doch ganz schnell sehr schön ja gut vier Hain konnte ich da leider nicht mehr aber war schön und ich denke mal wenn man sowas merkt, dass du irgendwo heiligtes Spiel die Drachen gehen natürlich durch die Häuser durch, gell? das ist auch sauber auszuprobiert hat er, ja hat er echt gut gemacht hm 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 was ich vergessen zu verteilen brauchen aber wenn man diese Lücken auffüllt so mit Heiler, Tank dann passt das eigentlich ganz gut hm, 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 hm so genau da hab ich mal jetzt noch eins schwer und dann nochmal schlafen gleich dann gehst du in die Heier ich werde noch ein bisschen machen glaube ich willst du May spielen jetzt? ähm May ach so hier die die Frosten ja die hat sich mal noch ich guck sie mir mal an ist der Supporter, gell? die Verteidigungsstellung keine Konstrukteure keine Schlafschützen keine Tanks glaube ich spiel dann Supporter na komm, wir mach ich was sind wir? Verteidigung ich mach wieder Tank Reinhard ja komm dann supporte ich diesmal dich aber die May die hat es so vorhin ganz gut wir hatten uns gut ausgeglichen alle Kombinationen wenn er einen Schild hatten dann kann er von der Wand nochmal hinsetzen kommt mir nicht in die Quere so voll gegen Moment gedonaut haha das gibt Kopfschmerzen ich hab Zeit hm so ich war hier verteidigen ja ich werd mich hier achso ja dass man hier so einen kleinen von hinten könntest du noch haben ja vielleicht hier vielleicht hier in so einen stellen so ja dann ja genau dann können sie vielleicht hier aus dem kleinen Raum oder bis es von hier kommen das einzige Problem ist vielleicht wenn sie eine Farrah oder ein Genji haben dass sie hier durchs Fenster oben kommen aber selbst am hier nicht ich noch hoch haltet die Linie lasst sie mit durch da hat zum Beispiel jetzt um einer durch gegangen Schild auf tausend ohja 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 Oh, was war das denn? Okay. Wir sind gerade an A-Bron hier. Ah, ne, ich geh schon mal weg, bis ich mich noch an der Base bleiben. Vielleicht müssen wir noch zurückziehen. Rechts kommen sie durch. Ja, ja. Ja, ja, von hinten, gefrostet. Ja, Alter. Boah, hat er schön durchgeschickt hier. Alles versucht sich zu sehen. Freude sind es sogar. Jetzt sind schon ein B dran. Die haben mächtig viel... Mächtig viel Action drin. Schnell gewesen. Ja, das war die Ulti, die ich gefehlt habe. Ja, das ist auch nix. 3-OK. Boah. Einfach 3-OK. Ja, da kriegst du auch den Daumen hoch. Ich kann mich selber selbst bewerten. Ach so. Ja, das geht auch. Weil ich war... Ich war gut. Krasse Sache. So, noch eine Runde. Ich glaube, ich habe mir gar nicht die... die TS-Daten gespeichert. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, Mensch. Das hätte ich schicken. Kannst du noch mal ruhig einen Chat posten, oder so? Das haben wir einen Angriff. Das ist mein Name hier Fahrer. Ah, die Vorsitzung. Ja, genau. Okay. Wo ich denn den Stift... So, eine Runde noch für YouTube. Und danach gibt es wieder eine neue Aufnahme. Ich glaube, wir müssen auch mal... wie so eine Stammgruppe zusammenstellen. Das wäre eigentlich ganz gut. Oh, die Oma ist wieder frei. Ach so. Ach, schön. Mit Jetpack. Endlich mal. Was hat sie denn hier noch? Äh, ach so. Aha. War noch mal ein extra Pack. Rechts ist Treibstoff. Ach so. Denkt an euer Training und wir sollten keine Probleme bekommen. Ach so. Friede sei mit euch. Ach, schön. Raketenwerfer, ne? Das mag ich ja. Das ist was für mich. Okay. Das passiert mir nicht noch mal. Tanso, stets zu dienst. Oh Gott. Oh. Genau das hatte ich jetzt getroffen. Oh Gott. Oh Gott. RAPTORA ANZUG Wir haben viel zu viele Passive Charakter, wir haben keine Chance, nur einen Narkom. Der Rest ist für Ankomm, wir haben gar keine Chance, anzuhalten. Was brauchen wir? Narkom, oh was, Mensch, ich weiß nicht, wie man an den Gegner herankommt. Wir haben zwei Hansos, die nur campen uns als Schwester, die kann jetzt auch noch nix machen. Boah, er wird weggesnallt. Boah, jetzt muss ich mich erstmal wegdrehen hier. So? Okay? Ja, das kann ich hier. Was ist die Ober? Ah, da ist so einer. Ja, muss ich mal Hand schon wegmachen. Boah, hat er gut gemacht. Das bringt das ja gar nix super zu spüren. Das ist halt schon mal, was man wechseln kann. Ah, wenn man die Charaktere noch nicht kennt, gell? Oh, das ist ja gar nix super zu spüren. Amen. Ja, da geht es einfach. Das ist ja gar nix super zu spüren. Das ist ja gar nix super zu spüren. Ja, da geht es ja gar nix. Wir sind ja gar nix super zu spüren. Da fahr so viel Scham, oder? Oh, das gibt's doch gar nicht. Ein Nahkämpfer, der hier gegen Tank nicht ankommt. Na gut. Ich hab zwei Leute geholt noch. Oh. Oh. Da fahr ich, warum man zwei Haaren so spät, als, keine Ahnung, Verteidiger oder die Haare. Ich weiß nicht. Ich will das hier ein bisschen. Ja, no Chains. Das schaffst du ja noch aus dem Skrotkopf. Schade, ich bin drauf. Ah, das dauert aber noch. Nee. Niederlage. Ich glaube, hat Stu fit. Ja, äh, Comp. No Tank. Ich glaub, zwei Genjis, aber hat selber, als, äh, Dingens gespielt. Ah, jetzt hat er geändert, kurz vor sich aus. Was? Wir chatteten rein, dass wir jetzt im Schloss zwei Genjis gespielt haben, weil das hab ich nur gemacht. Da, da, damit wir da mal pushen können, aber selber haben sie zwei Hanzos gespielt und eine Tracer. So, aus der Fenster im Bach. Hm. Der Typ da. Hm. So, letztes Mal verteidigen und dann... Oh, 3-3-3. Auf Ballbänder. Mach's noch die Uhr? Ja, fast um vier. Okay. Um vier ist dann dann Schluss. Ja, jo. Keine Kraftausdrücke. Hm. Ach so. Wir machen jetzt noch mal ganz kurz Schlüsselaufnahme und fangen noch mal an.